Musik Sobald ein Baby geboren wird, steht die Welt Kopf. Denn neben der übergroßen Freude zieht das Chaos in den Haushalt ein. Viele Eltern wünschen sich da Hilfe im Alltag durch eine erfahrene Person. Ich bin Familienpate, weil ich gerne in einer Familie bin und ich wollte mich einfach nochmal in eine Familie einbringen mit kleinen Kindern. Sie unterstützen, ihnen im Alltag zur Seite stehen, eventuell kleine Probleme lösen, einfach für die Kinder da sein, dass die Mutter entlastet ist. Wer keine Großeltern hat, die helfen können, freut sich über die ehrenamtlichen Familienpaten des Kinderschutzbundes. Sie kommen regelmäßig ins Haus und unterstützen die Familie bei allem, was nötig ist. Vor ihrem Einsatz durchlaufen die Paten eine spezielle Schulung und auch danach werden sie durch eine Fachkraft laufend gecoacht. Ich habe eine Familie mit Zwillingsbuben. Die sind zweieinhalb Jahre alt und die freuen sich schon, wenn ich komme. Sie stehen meist schon an der Türe oder machen die Türe auf, wenn ich klingel und lassen sich von mir gut beschäftigen. Wir machen Spiele, wir puzzeln, wir gehen in den Garten, wenn das Wetter schön ist. Und die Mutter ist in der Zeit entlastet und kann sich um sich kümmern. Ich bin gern Familienpatin, weil ich einfach merke, dass das der Familie und auch mir gut tut. Musik 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 Amen.